Aldemar, HD. Psch, he, he, toll. Was ist das? Wieder Sklavenjäger. Schon wieder. Ne, Staubbanditen. Gucken, ob die auch schon wieder gegen die kämpfen. Wenn die mich theoretisch hier in der Stadt angreifen, gibt's ein Problem, ne? Weil die sind zu nah in der Stadt, also dürfen sie mich nicht angreifen. Hey, Wichte. Komm her. Nö. Oh, 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 oh. Oh, die wollen's tatsächlich. Wenn die mich jetzt angreifen, ne, haben die doch ein Problem. Die Arschlöcher. Oh, macht ruhig Scheiße, dann werdet ihr direkt eingekerkert und werdet da oben gebondaged. Oh, hier geht's schon wieder los. Warte mal, was hab ich eigentlich mit dem Gefangenen letzte Folge gemacht? Hab ich den auf ein Bett gelegt? Oder hab ich dafür ein Kopfgeld bekommen? Scheiße, das hab ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinbringen soll. Ah, ich glaub, hier gab's wieder Gemetzel. Das sind die Nomaden. Urks. Geflohener Sklave. Warte, ich kann den noch retten, oder? Fesseln aufschließen. Oh, der arme Sklave. Oh, der wird gestockt. Probier'n das mal. Kann ich ein bisschen üben, wenn ich mal gefangen genommen werde. Vielleicht bedankt er sich ja dann. Guck, hier sind noch mehr Fesseln. Oh, die armen Sklaven. Das ist ja tot, oh, true. Samurai-Stiefel. Achso, das sind die. Guck, hier liegen überall Samurai-Stiefel. Schompanditen, bla bla bla. Bla bla bla, bla bla bla. Mann, hier ist was los. Ah, meine Güte. Ich glaub, das ist so ein Staubbanditen-Lager. Deswegen sind hier so viele. Hier ist Chaos. Geflohener Sklave. Und das hier ist... Warum töten die denn die armen Sklaven? Vielleicht denken die, die gehören zu den Sklavenjägern. Ah, wir sind voll. Wir müssen mal zurück. Hier ist auf jeden Fall, äh... Egal, wir gehen jetzt lieber. Besser ist das. Wie sehen wir da mittlerweile... Katanas. Ah, okay. Nahkampf kommt auch auf die Waffe an. So. Carla. Auch noch. Zill. Ist sogar vor Carla genesen. So, jetzt gehen wir zum Händler-Bepot. Ich weiß halt nicht. Wir müssen eigentlich mal woanders hingehen. Aber ich weiß halt echt nicht, wie das hier wo was ist. The Great Desert. Ich meine... The Swamp. Shen. Vengeance. Ich würde sagen, wir gehen mal eher ins Zentrum. Zu Skinner's Rome. Deadlands. Hört sich nicht so nett an. Äh, Shen. Hört sich doch netter an hier. Guck. Äh, The Burning Forest. Bonefields. Mann, das klingt alles nicht sehr nett. Guck mal, hier sieht doch netter an. The Hook. Ja. Fishman Island. Ich würde sagen, wir gehen mal Cheetah's Run. Sonos Ashlands. Bäh. The Vein. Das ist auch mehr. Aber wo ist denn schön? Ark. Watcher's Rim und Watcher's Rim. Ark hört sich doch auch nett an, oder? Die Arsche. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Süden. Wir sind ja jetzt große Survivor. Handeln. Wir sind die Besten hier. Weit und breit. Jeder hat uns von uns gehört. Müssen wir noch kochen unbedingt. Und kekert hier tonnenweise. So. So. Haben wir hier Essen? Nee, ne? Hups. Jetzt habe ich mich umgesetzt. So. Oh. Ist jetzt auf meinem Kabel? Ich hoffe nicht. Nein? Gut. Okay. Hier gibt es nichts mehr zu essen. Alles klar. Dann geben wir jetzt Fleischwrap. Oh. Mal zu den anderen. Ja, Zill. Man kann immer noch eine nicht super kämpfen. Keine Sorge. Hatte nicht Zill diesen... Nee, ne? Den Zweihänder nicht. So. Hm? Äh... Essen. Mr. Hm. Haben wir ihn nicht mehr. Stimmt's? Das war ja... Nee, hier haben wir noch Fisch. Vier Fisch. Komm, lass mal die anderen mal aufstehen. Ist egal, ob die jetzt genesen sind oder nicht. Vier Fisch. Fumin braucht Essen. Fumin braucht Essen. Nicht genug. Hörler. Er braucht Essen. Auch nicht... Guck mal, hier ist noch ein bisschen Fleisch. Zill. Ja, Zill. Tut mir leid. Wie macht es sich denn nun mit einem Arm? Oh, er hält sich seinen Arm. Das tut mir echt leid. Aber wir werden irgendwo einen Händler finden für dich. Irgendwann. So, auf geht's. Auf ins Ungewisse. Pass auf, wir gehen jetzt mal nach Süden. Das heißt... Was ist das denn, ne? Warum ist das da so grün? Haben wir da mal ein Camp gebaut, ne? Äh, das ist das Sumpfdorf. Ich will nicht durchs Sumpfdorf gehen. Dieser scheiß Sumpf, ne? Shem. Sollen wir durch Shem, the Burning Forest, Bonefields? Oder lieber durch Sten Deserts, Spiders Plains? Das hört sich auch nicht so toll an. Oh Mann. Da bleibt ja nur noch der Sumpf. Wetlands. Okay. Okay. Na gut. Wenn jetzt da hin. Okay, machen wir's mal... Können die sich nicht irgendwie in der Gruppe bewegen? So, alle die gleiche Geschwindigkeit. Aber ich will mich mal umsehen auf der Map. Oh, hier wird immer noch gekämpft. Wird Zeit erst aus dieser Zone hier rausgehen. Das ist doch Süden, ne? Ja, komm, wir rennen jetzt mal hier durch. Vollgas! Egal, was passiert. Raus hier. Ich meine, wenn ich mal mein eigenes Camp-Up und mein eigenes Knast... Ich meine, hier kann ich nicht irgendwo auch ein Knast aufbauen? Sind wir alle komplett? Ja, ne? Keiner ist zu langsam. Ja. Oh, hier ist... Hier ist schön. Oh, wenn ich mal was baue, dann hier oben hin, oder? Ne, da ist der Sumpf. Ne, doch nicht. Nicht, ich nehme alles zurück. Ne, ne, lieber nicht. Wir haben jetzt 10.000. Das Geld sparen wir uns auf. Ich weiß ja nicht, wie viel... ...Zelt neuer Arm kosten wird, den er verloren hat. Jetzt werden wir dann alles rausfinden. Am Sumpf hat man noch keine böse Begegnung, ne? Oh, es regnet. Boah, es kann regnen? So, okay. Das heißt also, wir gehen... ...da hin. Oh, nicht ganz schnell, sondern halb schnell. Weil... Oh, ich bin erschrocken. Gänzgebiet. Beim Dorf können wir nochmal anhalten. Vielleicht haben wir da nochmal einen Händler. Aber einen Händler für Robotik brauchen wir. Aber es sah halt so aus, als wenn die sowas hätten. So Technik. Und dann halten wir da mal kurz an. Ey, die können schwimmen. Ne, doch nicht. Die gehen nur durchs Wasser. Guck mal, jeder für sich. Boah, ich dachte gerade, ich hab mich voll erschrocken. Das ist dumm, was ich hier tue. Das machen wir aber nicht mehr nach dem... Alter, jeder für sich. Na toll. Der Alderman will es wissen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Der Fumi ist der Schnellste. Wir machen die mal ganz schnell. Jetzt bin ich faul geworden. Das ist auf jeden Fall nicht... ... sehr nice, was ich hier mache. Oh, Fumi. Ja, guck mal. Die sind aber schneller. Hier zählt und so. Okay. Pass auf, wartet einfach hier. Und wir schauen mal. Vielleicht ist hier irgendwo ein Händler. Der Fumi, guck mal. Der Fumi macht das schon. Mal hier reingehen. Aber, wie gesagt, ich glaube, bis jetzt sah das nicht so aus, dass hier irgendwo ein Händler wäre. Die scheinen eher darauf verpischt zu sein, sich gegen irgendwelche Sumpfwesen zu verteidigen. Da ist kein Händler. Ich glaube, wenn, dann... Wie gesagt, da... ... ist alles abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir noch den Alderman. Und dann fehlt noch Carla. Carla ist noch... Was kämpft der denn da? Achso, der ist am Ernten. Reißgradfarben-Sumpfleute. Cool. Der haut auf das Zeug drauf. So, okay, wir sind hier fertig. Wir wollen hier raus. Wollen wir lieber durchs Spiderplane und so? Der Sumpf ist echt zum Kotzen. Oder wir finden hier noch eine Stadt. Das könnte ja natürlich auch sein. Die ist, wenn, natürlich hier in der Mitte. Wetten? Pass auf, wenn, dann sollten wir es rausfinden, glaube ich. Ich hasse den Sumpf jetzt schon. Jetzt renne ich wieder da rum. Ah, ne, das ist nicht mehr da. So, wir gehen jetzt nach da. Dann laufen wir da durch. Und dann sind wir bei South Wetlands. Das ist jetzt unser Ziel. Scheiß drauf, wir gehen mal jetzt durch den Sumpf. Und dann eine Gruppe geben. Die Besten. Also, Squads sind, glaube ich, limitiert zu 50. Jetzt durch den Mod. Wenn der funktioniert, sonst sind es, glaube ich, 20. Oder, oder es sind 20. Und Feuermanns 10. Und maximale Armeegröße ist immer 256 oder so. Auf jeden Fall müssen wir viel laufen. Guck mal, Angriff minus 1. Ausrüstungsponie minus 4. Was ist das eigentlich? Heißt das Wildtiere oder so? Ich muss mal abspeichern, vor allen Dingen. Bla, 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 bla. Ich bin der Beste im Speichern. Irgendwas wird es ja wohl bedeuten. Oh mein, ist das übel hier. Wie, die Bäume. Jetzt ist es rot. Es ist irgendwas krasses. Oh mein, ist das zum Kotzen hier. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Zum Kotzen. Ich glaube, Zill kann nicht so gut schwimmen, alter Mal. Nie wieder, nie wieder, nie wieder das Swamp. Nie wieder das Swamp. Kala ist auch am Schwimmen. Leute, was ist denn los? Kann ich mir sagen, schwimmt nicht. Oder versucht es zu vermeiden. Aber ich denke mal, es gibt mehr als nur das eine Sumpfdorf. 100 Pro. Aber es hat bestimmt eine, eine bestimmte Reichweite. Guck mal, ist auf den Baum gestiegen und rennt von da aus. Treppe ist der lahmste. Fulmin ist wieder einer der schnellsten. Und der gute Zill mit einem Arm. Ist auch was leichter geworden jetzt. Komm, ich warte auf den Rest, das ist mir zu blöd sonst. Kommt Kek. So. Ist doch wieder so ein Ding. Ist das eine Fährte, eine Spur oder so? Müssen wir mal abspeichern. Oh, Alter. Es wird zu hell. Ruins. Ah. Ruinen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gerade ein Licht gesehen. Ne, es war die Sonne. Jo. Ach, es war dunkel. Oh, jetzt ist es noch heller. Es war nachts. Da sind Ruins. Ah, vielleicht finde ich ja hier einen Roboterarm. Ich meine jetzt nur... Wer weiß. Treptulame Ente. Komm. Okay. Sieht aus wie... ehemalige... Silos. Können wir da reingehen? Null Prozent Chance. Wie viel Lebensenergie hat das? Oh, das geht. Guck mal. Bam, 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 bam. Das macht doch gut Übung, oder? Hoffentlich sind da keine Robotergegner drin. Fuck. Hotsäbel. Boah. Das ist doch ein alter Mann, der Arme. Fertifire Deluxe. Oh, shit. So, wir machen das ganz schnell. Ist das die nähere Basis, hä? Oh. Alle Mann schwimmen gehen. Oh, fuck. Verlorene Bibliotheks-Außenposten. Okay. Die wollten hier plündern gehen, wahrscheinlich. Geh mal hier, wo der Aldemar ist. Wir haben doch Schusswaffen. Alter. Können wir uns mal kurz heilen hier, ja? Wow. Scheiße. Arzt. Wir sind noch komplett, oder? Wer kämpft denn da? Und das ist grün. Das müssen wir uns mal ansehen. Danke, Spinni. Boah, die Rotsäbel. Fumin, was macht der da? Willst du nochmal da drauf fahren? Ne, 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 ne. Fumin, du schwimmst lieber mal. Scheiße. Wir gehen alle Mann in Nahkampf. Ich weiß gar nicht, an wen ihr mich gerade fühlt. Ich muss mich gerade erinnern. Ich hab's vergessen. An irgendwas erinnern mich, die... Diese Rotsäbel, wie die Aliens auch aussehen. Oh, jetzt ist der Fumin da. Jetzt gibt's Rache. Aldemar ist... Ach, Aldemar schießt da hinten. Alle in den Nahkampf gehen. Ist egal. Wer ist denn hier super? Super, ist das... Carla, pass auf. Carla, Sport und Block. Boah! In den Rücken. Bam, bum, 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 bum. Bam, bum, 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 bum. Bam, bum, 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 bum. Oh, scheiß Spinne. Oh, scheiß Spinne. Alter, was ist denn eine Angriffsreichweite? Pfff. Ja, ich glaub jetzt... Ich hab nämlich gelesen, da gibt's irgendwie... Ziemlich fragwürdig. dass sie halt so super Attack-Range haben. So, Fumi, du trägst jetzt den Ding ins, weil du bist am schnellsten. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Die Spinne hat doch eben einen gekillt, ne? Da ist er. Der humpelt weg. Ich glaub, die Rotsäbel hat's zerlegt. Nee, wer ist das denn hier? Noch ein Rotsäbel. Das ist ein Kumpel wahrscheinlich. So, Kek. Geht auf Block und Spott. Aua. Mit dem Typen hinten drauf. Toll. Kriegst du den überhaupt? Aha, ein Treffer. Au. Direkt den Eingang getroffen. Hoffentlich komme ich hier nochmal irgendwann liebend raus. Boah, ey. Das ist Söldner-Lederrüstung. Ich mein ja, das ist bestimmt nicht schlecht. Aber wer hat denn hier noch Platz? Da. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Wer ist denn da? Ja. Scheiß auf Blocken. Voller kann da drauf. Alter Mann. Nein. Okay, noch einer down. Ach, das war nur einer, der sowieso schon down war. Alter Mann, verarzten. Boah, er schnell... Guck mal. Der arme Zill. Der arme Zill. Aber wir sind in der Nähe von einer Stadt. Ich kann's riechen. Da, Shark. Ich wusste doch, dass da eine ist. Oh. Oh. Bloß weg da. Hier. Eine Güte. Ich muss die Folge auch beenden, aber... Geh nicht erst mal nach Shark. Guck mal. Alle voll im Arsch. Also, es endet immer so, oder? Bei uns, der arme Zill. Komm. Pass auf, können wir uns nicht tragen? Wir müssen nach Shark. Wo gehen wir denn da am besten lang? Warte, das ist Wasser. Hier lang. Da. Da hoch. Da geht einer. Genau. Natürlich heißt das Shark. Wo ich da gerade an Sumpfeier denke. Bei Gothic. Der arme Zill. Du schaffst das schon. Bah. Die Rottypen. Wir müssen dann unbedingt zu dieser Bibliothek nochmal zurück. Komm Zill. Du schaffst das schon. Wir gehen schon mal vor. Eine Lektion für dich. Führe dich nie in die Sümpfe. Ist das... Oh scheiße. Wer sind die denn? Oh. Noch mehr Rotsäbel. Wen greifen die an? Guck mal wie die aussehen. Greifen sie diesen einsamen Wanderer da an? Oder mich? Shit. Okay. Da können wir schon mal nicht lang gehen. Alter. Wohnen die da? Ist das vielleicht Shark Town? Den hier zu Hause? Wer? Die gehen hier lang. Da. Gegen wen kämpfen die? Gegen diesen Shinobi, ne? Alter. Der macht die bestimmt alle platt. Alter. Ich könnte da vorbeisneaken. Was ist denn jetzt hier los? Ist da noch einer? Das sind zwei. Scheiße. Können wir schwimmen? Auf ins Wasser! Schnell! Alter, man muss schießen. Wir müssen kämpfen. Keine andere Wahl. Wir müssen ihn mal runterlassen. Absetzen. Absetzen. Zill. Blocken. Bloß nicht saufen, Trepp. Und nicht wegschwimmen. Das sind noch zwei. Scheiße. Zill ist down. Vielleicht schaffen wir den hier. Guck mal, wie schnell der Alde mal schon schießen kann. Carla, du schaffst das schon. Scheiße. Da kommen noch mehr. Fuck. Nicht gut. Noch mehr. Oh nein. Lauf, Aldemar! Lass deine Freunde zurück! Das ist jetzt praktisch. So, gehen wir noch mal ein bisschen so. Und noch mal ein bisschen schießen. Dauert noch eine halbe Stunde, bis wir da sind. Wenn die anderen jetzt aufwachen würden. Ich lotze die jetzt hier durch die... Leute, pass auf. Ich höre jetzt hier auf. Das wird jetzt noch dauern, ey. Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Kenji. Was denkt ihr? Überlebe ich das oder nicht? Haut rein. So, Manchester. Schön, ma bisou Quad. Wir sehen uns Phone. Und da war Adams. Bis dann zu uns. Bis dann, bis zum Eнимации. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.